So Leute, herzlich willkommen zurück zu Stray, heute in Katzenfarben und zwei Sachen habe ich zum Anfang und zwar Punkt 1 die Krankheit, weil in der letzten Folge bzw. in der letzten Aufnahme komplett war ich ja noch ziemlich sehr verschnupft und hatte Husten, ich war beim Arzt, mehr dazu vielleicht in unserem beraten Video, sofern ich mehr weiß, heißt also das wird Ende Januar, Anfang Februar kommen. Und andere Sache ist und zwar habe ich gerade so vor der Aufnahme überlegt, wie findet ihr es besser, wenn das Mikrofon jetzt hier hängt, also so von der Audioqualität her vom Mikrofon, weil dann bin ich ja so und rede also frontal in den Bildschirm rein, direkt in die Fresse und auch halbwegs ins Mikrofon. Jetzt habe ich es angetatscht glaube ich oder findet ihr es besser, Moment, ich gucke mal kurz in die Kamera, in die Facecam, ja hier hatte ich es, so hatte ich es und zwar oder wenn das Mikrofon so hängt, also ich gucke jetzt gerade extra, Entschuldigung, dass ich euch nicht so angucke, aber ich gucke jetzt extra dahin und rede da dorthin, damit ihr es so hört. Also wie findet ihr es besser, ich mache es jetzt erstmal noch so wie letztes Mal, ich werde heute vielleicht zwei Folgen aufnehmen, vielleicht auch drei, ich glaube eher zwei, heißt also in drei Folgen, denke ich mal, wenn ihr es dazu geschrieben habt, wie ihr es möchtet, so oder halt doch eher so, schreibt es mal bitte in die Kommentare, wie ihr das besser findet. So ist ein bisschen, ich nenne es mal jetzt, gehaltvoller, bassiger, die Stimme und viel, viel klarer und das andere ist so, ja weiß ich nicht, das hat für mich so mehr so, äh, Telefon, also spult nochmal zurück, aber sowieso mehr als wenn ich am Telefon bin, als wenn wir telefonieren miteinander, ne? Gut, aber jetzt wieder rein in Stray und zwar haben wir jemanden gefunden, äh, wo ist er? Sie sind ja in die andere Stadt, jetzt kommen wir und wo ist er, oh, Katzin, wow, wow, ich kann noch was trinken. Ach, okay, gut, hätte ich auch schon gleich machen können und zwar war das der Rest der letzten Folge, ne? Wir machen es aber nochmal mit. Clementine, Clementine, also haben wir jetzt gefunden, ne? Ich dachte, du wärst ein Gesandter, egal, wer bist du? Wo muss ich denn drücken, wenn es weitergeht? Achso, weiß ich nicht mehr. Gut, was willst du von mir? Ende. Gut, und zwar jetzt können wir, ne, können wir auch noch nicht. Hatten wir nochmal geredet vorhin, letzte, letzte Folge? Antwort dir mir. Was machst du in meinem Haus? Also, was machst du in meinem Haus? Nochmal reden. Antwort dir mir. Achso, okay. Gut. Ja, äh, wie mache ich das denn am besten? Kann ich ihm irgendwas geben? Warte mal, oh, ne, Entschuldigung, Entschuldigung, warte, kurz, äh, ich weiß nicht mehr, wie das Licht ausgeht. Gut. Äh, Bild, Bild von Clementine, ja, genau, äh, dazu müssen wir mit ihm reden. Alles klar. Bin ein bisschen aufgeregt, Entschuldigung, ich habe auch mehr Luft, mehr Sauerstoff. Ich kann atmen, heißt also, ich kann euch richtig zu spammen mit meinem Gerede, was ich sonst so lange nicht mehr konnte. Und es ist so befreiend, so schön, ich kann schlafen, boah, geil. Ähm, was nur, was hat er gesagt? Ich habe weggedrückt, glaube ich, ne? Antwort mir. Ja, was machst du in meinem Haus? Ja, nochmal, guck, hier. Und zwar, äh, Gegenstand zeigen, X. Jetzt, äh, lass die Lampe fallen, genau. Warte. Also hat sie bald das endlich beschlossen, jemanden zu schicken? Ich schätze, du bist mein neuer Rekrut. Sehr groß bist du ja nicht gerade. Wie hast du es überhaupt in der Kalidisation überstanden? Ich schätze, du musst ziemlich gewiebt sein. Ich habe nach einem Weg zur Außenwelt gesucht, seit ich das Ameisendorf verlassen habe. Aber die Wächter sind immer wachsam. Jetzt, wo du hier bist, kannst du helfen. Folge mir. Oh, das klappt. Ich komme mit, ich komme mit, ich komme mit. Batsch, batsch, batsch. Oh, ab auf die Couch. Ab auf die Couch. Kann ich hier dran kratzen? Ich will an der Couch kratzen. So, ne, kann ich nicht, gut. Gut, da gucken wir mal gleich. Hänge, Schlüssel und so? Ne. Ich will erst mal gucken, was hat der denn hier? Oh, eine Tastatur. Oh, weil der da ist, juckt. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Das war bloß ein Jucken. So. Okay. Sprecher-Uber. Ich arbeite schon eine ganze Weile an einem Plan, um diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Alles, was wir brauchen, ist eine Atombatterie, um sie mit Strom zu versorgen, was wir das hier für misst. Ich weiß, ich weiß, dass die Neko Corporation eine in ihrer Fabrik installiert hat. Ich habe einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltrieren. Ich kenne seinen Namen nicht. Er ist der Roboter mit der Bomberjacke und der Goldkette. Überbringe ihm diese Nachricht. Bomberjacke und Goldkette müssen wir uns merken. Note. Olli. Olli? Okay. Kontaktnachricht. Neuen Gegenstand der Roboter. Jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte keine Probleme haben, sich in die Fabrik zu schleichen. Eine letzte Sache noch. Zügele nicht, dich um Hilfe zu bemühen. Diese Stadt ist voll von Informationen. Halte dich nur von den Wächtern fern. Eigentlich klar machen wir Wächtern. Welche Wächter? Haben wir schon Wächter gesehen? Es ist ziemlich schwierig, was ich hier so heute sehe und denke. Und zwar dieses Bild. Einmal frontal und einmal im Profil gesehen. Das, welches im Profil ist, habe ich von Weitem so im Augenwinkel geguckt. Und dachte, dass der Typ sich erhangen hat. Hängt er so schön mit. Strick um Hals. Entschuldigung, das ist das, was ich als erstes gesehen hatte. Was sagt das über mich aus? Netter Mensch. Man kann sich unterhalten. Ja. Gut, dann gucken wir mal. Können wir noch irgendwas Großartiges hier machen? Y. Das ist doch wieder Kratzen. Das ist Kratzen. Komm. Yeah. Ja. Können wir da schon mal aufspringen, bitte? Ja. Nee, nicht runter. Hoch. Süß. So. Ich hätte wahrscheinlich auch die Leiter nehmen können. Ich glaube, das Spiel ist gar nicht laut genug. Moment. Ich mache das Spiel mal ein bisschen lauter. Ähm. Ah nee, kann ich das auch hier machen eigentlich? Zwei Stellungen. Ja klar kann ich das hier machen. Ich bin auch dumm oder so. Ich muss mir das ja nicht für andere Spiele verstellen. Was ist, wenn ich das so volle Pulle habe? Ich meine, ein bisschen leiser, Mann. Meine Meinung, bin ich mal ein bisschen leiser, ne? Änderungen übernehmen? Ja, bitte. Ja, habe ich doch nicht umsonst gemacht. Können noch lauter gehen. Kleine, kleines Stück noch. Ich habe nämlich, äh, Voice-Meeter drin, also ein, ähm, ähm, na, was machen und quatschen. Ja, bin ja auch perfekt drin. Und zwar ist das ein, äh, Interface, ein Audio-Interface, ein Mischpult, ein digitales, digitales Mischpult. So, jetzt habe ich es. Ähm, welche ich sich zwischengeklemmt habe. So, dass wir auch für Discord, wenn ich dann mal wieder mit Matze was mache, der mir diese Aufnahme, denke ich mal, noch ins Wort fallen wird. Weil wenn er dort ist, mache ich nur noch eine Folge zu Ende. Und wir nehmen ein neues Let's Play auf. Ähm, ja, mit diesem Voice-Meeter kann ich nämlich, habe ich auch gemacht, bei Discord, ähm, Filter einstellen. Und diese Filter ermöglichen es, dass nicht nur ich, äh, nicht nur ihr mich so hört bei mir in einer besseren Soundqualität, sondern auch Matze oder alle anderen im Discord auch, nämlich auch mit Filter in einer besseren Qualität. Das ist super. Wo ist denn hier der Ausgang, Mensch? Ich finde hier nichts. Ach so, durchs Fenster sind wir reingekommen, ne? War das dieses hier? Ja. So, Bomberjacke, Goldkettchen. So, wieder runter. Und, äh, du hast keine Bomberjacke an. Wir können mir trotzdem mal bequatschen. Muga! Was bist du eigentlich? Ein Vierbeiner, der niedliche Geräusche macht? Das Konzept gefällt mir. So, ihm können wir ja auch mal den Gegenstand zeigen. Oh, ein Typ, der eine Bomberjacke und Goldkette trägt? Hm, nein. Da klingelt nichts bei mir. Tut mir leid. Okay, ciao. Du hast mir überhaupt nicht geholfen. Das ist aber in Ordnung. Schön, dass du existierst. Guck mal den da hin. Den fragen wir. Den fragen wir. Hier, komm, komm, komm. Du hast komische Haare. Ich will den sitzenden fragen. Warte mal kurz. Dafür machen wir aber. Wir sind ja sozial. So. Setz dich mal vernünftig. Ich scheiße auf den Stuhl. Ich schmeiß dir rauf da. Mensch. Nee. Ich will hier. Mit dem anderen. Genau. Pino. Pino Colada. Wer kennt sie nicht? Was? Tut mir leid. Ich weiß nicht, wo ich ihn hingesteckt habe. Aber es tut so weh. Aber lass uns trotzdem spielen. Ich werde in diese Höhle gehen. Los geht's. Es war ein Spaß mit der. Tut so weh. Und jetzt will er doch in diese Höhle gehen. Na gut. Er hat nichts Wichtiges zu sagen. Ich scheiße ihn trotzdem weiter auf den Stuhl. Und frage mal Lynn. Was soll das heißen? Du hast deinen Charakterbogen vergessen. Ich habe die ganze Woche damit verbracht, diese Sitzung vorzubereiten. Ach. Okay. Ihr habt nichts beizutragen. Ihr seid mit euch beschäftigt. So. Ich habe hier. Stuhl zum Sitzen. Müssen wir noch einen runter? Sind wir zwei hochgegangen? Hallo? Glaube. Können wir hier runterspringen? Das wäre nett. Kann ich hier irgendwo runterspringen, bitte? Achso. Wollen wir. Können wir auch miauen. Das habe ich total vergessen. Ähm. Gut. Hier irgendwo runterspringen können wir nicht. Wollen wir mal. Hatte der da eine Bomberjacke an? Ne. Wollt ich sagen. So richtig Ghetto-Slang hier. Mit seiner Musik wahrscheinlich macht er bloß. Und dann sagt er. Ich spiele mal ein paar Oldies ab. Und dann hörst du irgendwie. Ne. Geht es nicht runter. Und dann hörst du irgendwie. Geräusche. Und dann hat er sich mit dem Internet verbunden. Spring doch da runter, Menschen-Skinder. Ich kaufe mir gleich ein Assassin's Creed. Ja. Ja. Genau. Mirage natürlich. Matz hat es schon. Er sagt, das macht Spaß. Finde ich gut. So. Ey, Dicki. Komm mal her. Jo, Dicker. Hast du was gesehen? Ich will dir was zeigen. Warte mal kurz. Ey, geh doch nicht weiter. Jan Ma. Das Leben ist langweilig. Seit die Wächter in unsere Residenz-Kameras installiert haben. Okay. Gut. Mir hast du nichts zu sagen. Weniger Drogen, Junge. Ähm. Wer bist du denn? Hey, Dumpfbacke. Wir können dich auch sehen. Uh. Wie auch in die Kamera winkt. Hihihi. Schön. Ah, nee. Und du so? Kassetten-Bunch greifen. Hauptsache, da bekomme ich kein Ärger. Hey, diese Kassetten gehören uns. Weißt du nicht, dass man nicht klaut? Wenn einer klaut, dann ist es Jean-Cloud von Dam. Was? Nein. Äh. Ich könnte dir eine geben, aber dafür müsstest du etwas für Jan Ma, Miko und mich tun. Oh, jetzt bin ich im Ghetto gefangen. Okay. Sag mal an, wie komme ich in eure Gruppe? Die drei, äh, die Wächter haben drei Sicherheitskameras installiert, um uns zu überwachen. Das gefällt uns ganz und gar nicht. Kannst du sie uns vom Hals schaffen? Ich würde dir gerne ein Bild zeigen, aber das möchte das Spiel nicht. Also, ich könnte es versuchen. Warte. Ich versuche mal. Nee. Du. Ich habe Miau gemacht. Ich habe wirklich Miau gemacht. Ich habe mein Bestes versucht. Ich... Hast recht. Moment. Ich versuche es nochmal. Du Junge. No way. Geht nicht. Keine Möglichkeit. Ja, dann gehe ich nochmal hoch. Okay. Jetzt will ich mal gucken, ob das funktioniert. Wenn ich da irgendwie raufspringe oder so. Warte schon hier? Nee, ne? Ah, nee, da hinten. Ja, ja. Der hat ja Lautsprecher als... Haha. Geil. Als Kopf. Ich kann da raufspringen. Sehr geil. Und nun? Ist aus? Nee. Ist doch noch nicht aus, oder was? Ah, okay. Alles klar. Die erste ist down. Down, down. Kamera down. Kamera down. Sonny. Sprachen. Sonny. Wo waren die zweite hier? Sonny. Komm ich da hoch? Nee. Nein? Gut. Dann möchte ich da wieder hoch. Ey, nee, komm. Sag mir nicht, ich muss wieder außen rumlaufen. 200 Puls. Äh, 200 Puls. Sorry, Stio. Moin. So. Hier wollen wir wahrscheinlich noch nicht lang gehen. Kann ich hier... Was kann ich hier machen? Hopp. Ich weiß, was gut ist. Karton und Katzen, ne? Hervorragend. Ich darf mich vorstellen. Vorragend, mein Name. Hervorragend. Wo ist denn die dritte? Die dritte. Gehen wir da runter. Da hinten nicht. Da nicht. Da nicht. Da hinter einem Baum, wo ich sie nicht sehen kann. Oder? Hat doch drei gesagt. Ja, drei hat er gesagt. Ich weiß es ganz genau. Ach, da oben. Ich seh dich. Ich seh dich. Und ich komme. Quatsch, ich eigentlich zu viel, müsst ihr mir sagen. Huch. Ich ende es aber trotzdem nicht. Warte denn jetzt. Ach, da hinten. Seht ihr von hier hoch irgendwie? Nee. Wir versuchen es mal von... Von... Ja. Ja. Hops. Hops. Das ist ja blöd jetzt. Hui. Oh, alter. Fati. Das ist ja richtig gemeingefährlich. Hoia. Ha. Ha. Karate-Katze. Karate-Katze. Uah. Karate-Katze. Uah. Oh, das ist noch ein Karton. Das ist wichtig jetzt, Leute. Das ist wichtig. Da müssen wir rein. Toll. Und weiter geht's. 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 Wo ist die Treppe? Wo ist die Treppe? Wo ist die Treppe? Ist die Treppe nicht bei ihm? Ja, die Treppe ist bei ihm. Wo ist die Treppe? 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 also da ging es echt mit mir durch simon geiler beat ich quatsche erstmal mit deinem jan maria ich glaube simon hat etwas für dich gut gemacht ich hätte nicht gedacht dass du es schaffst nimm deinen preis du hast ihn dir verdient jetzt wollte ich noch ein bleistift danke 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 es ist keine ist keine doch es ist eine es ist eine kassette das lied heißt meine grafikkarte ist mehr zu am schreien mal check 62 grad 40 prozent auslastung 0,8 3 volt bei diesen namen müsste ich eigentlich laut musik zu hören sein was bei diesen namen müsste eigentlich laute musik zu hören sein zu hören was erwartet was erwartet was erwartet was erwartet bei diesen namen müsste eigentlich laute musik zu hören sein ja kann gut sein kann gut sein aber wir suchen immer noch ein bomberjacken typ 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 mit gold kettchen bist du bestimmt du pfeift ach so konnten wir hier unser ne konnten wir nicht zeigen und du so was raucht er denn da eigentlich wie kann er sich das davon reinstecken er müsste wenigstens kontakt haben aber nein ist es ist nicht so was von cool im moment ist es ist es ist nicht so was von cool im moment oder wie verstehe ich das jetzt ich bin total woanders so relaxed aber da weißt du dass uns nichts schlimmes passieren kann jo peace out bro oh hier sind wir am dresen am dresen kommen wir immer gerne in ne mir gehörte mal eine bar es war der gemütlichste ort hier in der gegend bis hier ein schraubenzieher ins knie bekommen ja jetzt ist geschlossen alles klar nee nee was soll ich nur tun sagst du noch mehr anders mir gehörte mal der bar okay aber zweimal zwei unterschiedliche sollen okay treffen streck dich mit der hand glack auch wenn nämlich der typ ne aber aber er ist mein einziger kunde versuch bitte ihn nicht zu verkaueln ja danke alles klar alles klar den mag ich super freaky hallo albert albert strauss was oder einschein war es da unten in der stadt ich hatte dort einen freund pfiffi hm ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen einmal wird meine stimmung ganz traurig naja ich fliege dann mal weiter aber ich habe einen schönen hut auf wo wo kann ich hier da kann ich wohl nicht was haben wir denn hier überall wo könnten wir denn hin wir könnten nach da oben einfach mal so weil wir es halt wie gesagt können und flaschen runter schmeißen ja 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 oh ja geil merken was haben wir denn hier zu merken geil dieser ort ist schön was würde ich nicht dafür geben weiche kissen spüren oder einen kalten trink genießen zu können diese drohne ist zwar praktisch aber ich vermisse es meinen eigenen körper zu haben ich vermisse gefühle ich vermisse es sogar schmerzen zu haben und hungrig zu sein ich weiß das ist nicht hilfreich aber wie wäre es wenn wir noch ein bisschen länger bleiben danke fürs zuhören ich bin jetzt soweit ist schon traurig ich meine gedacht war das damals wahrscheinlich ach du was heißt damals wir sind ja noch lange nicht so weit aber in dem Zeitraum in dem wir uns hier befinden in dem Zeitabschnitt in der Epoche sind wir in der Zukunft und in dieser Zukunft war es für die in der Vergangenheit so dass sie wollten das einfach überleben irgendwie weitermachen und ja sie wollten nicht sterben kostet es was es wolle der Preis dafür war Emotionen zu verlieren Gefühle zu verlieren sind es auch nur die schlechten Gefühle wie Angst was auch was Gutes ist wenn man irgendwann keine Angst mehr verspüren kann dann war vorher Angst was Gutes wahrscheinlich ja wenn man sich dann erinnert dass man das alles mal hatte dann auf einmal nicht mehr ja da könnte man schon an Türen kratzen aber das machen wir für ihn wow yeah ach so ja das war ja anklopfen habe ich vergessen ich weiß nicht was die Nachbarn da unten treiben ich höre immer wieder Geräusche von greißigen und hellern das wirst du gleich noch mal hören hoffe ich doch wenn ich da hoffe ich wenn ich darf nur lass mich an die Türen weil ich mich sonst selbst verbannt oh ich darf nicht dann verbanne ich mich wohl ach hu 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 geh doch nach oben ne kann ich nicht an doch runter damit kann ich weiter kann ich weiter hoch kann ich weiter hoch ne kann ich nicht ne kann ich nicht na gut wir gehen mal runter so was haben wir denn hier sitcherry 7-7 ähm ein stillleben mit einer flasche in der luft ist es berliner luft nein es ist oder so ok ich nehme gerne das getränk welches leichter als luft ist bei denen sogar die flaschen anfang zu schweben alles klar ja was wird jetzt wird kaufen ist hier von matrix oder sonne okay sag mal ich will den club der club ist geschlossen komm du kommst du da rein mach dich vom akk ich hatte kurz vorher einen falschen dialekt aber ich sieht du bist katze du kennst den dialekt alter mach dich weg hier komm schuh schuh mach das mit deinen eigenen kollegen hier aber ja ist kein zutritt mensch dicke nur kollege kollege der roboter aber guck mal ich habe hier etwas und weitere notiz eine bestechung alter lasst mich nicht hier lasst mich nicht bestechen schläge wett auf hier diskretion von meiner arbeit weißt du dann bin ich nicht zu einer wo ich das überhaupt ein bestechung habe ich doch kurz gesagt hier ja da macht ich vom akk aus das was anderes ist es auch eine bestechung oder was schlägt immer noch werbung was das überhaupt das war kassette warum andere sachen für ihn hallo ich würde gerne mit ihr reden hallo hat er sich gerade gebildet ich würde gerne mit den reden er aber nicht mit mir dann höchst du wohl warte mal ach das schaffe ich ja kann ich jetzt mit reden windel an schnallt war das ist ja geil dass es geht und noch mal und noch mal und nicht und noch mal kommt schon nach unten nach unten ist das die polizei vor denen soll ich mich in acht nehmen glaube ich ne hallo ja ich gehe mal weg warum wollen wir reden oh ein karton ist ja geil ich muss auf die leite ich bin gleich wieder da bis zur nächsten folge danke danke